Pink, think pink! In diesem Winter muss man auch ein bisschen Farbe zeigen und wir beschäftigen uns natürlich auch wie immer mit der Schuhmode. Loafer sind ein ganz ganz großes Thema. Neben Stiefeln, Loafer zum Beispiel auch zum Mini sehr sehr cool kombiniert, vielleicht auch mal mit kleinen Söckchen, transparente Söckchen. Das gibt dem Ganzen so einen frechen Dreh, aber es geht natürlich auch der Halbstiefel, der so ein bisschen diese Softboot-Idee aufgreift und was ich auch ganz ganz wichtig finde, Leder. Leder oder es muss auch kein echtes Leder sein, eben auch bei der Bekleidung. Schwarz, Nappa zum Beispiel für Röcke, wie wir es hier sehen, sehr cooles Thema für diesen Herbst-Winter. Spaniel, Baus Es gibt Herrn Bland ab und er hat euch gesagt, wir sind sehr kompromissege! Untertitelung des ZDF, 2020